Polizeiberichte Berlin 13. November 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Hochzeitsgast durch Schuss verletzt Nummer 2178 Während einer Auseinandersetzung wurde gestern Abend ein Mann in Kreuzberg durch einen Schuss verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben gerieten ein 34-jähriger Mann und ein 29-Jähriger vor einem Veranstaltungssaal in der Charlottenstraße gegen 20.50 Uhr aus bislang nicht bekannten Gründen in einen Streit, der damit endete, dass der Jüngere dem Älteren mit einer Schusswaffe in einen Oberschenkel geschossen haben soll. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Schütze. Beide Männer waren Gäste einer Hochzeit, die dort im Saal gefeiert wurde. Eine Passantin leistete dem verletzten 34-Jährigen Erste Hilfe und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Rettungskräfte brachten den Schussverletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert und stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits und zu dem geflüchteten Tatverdächtigen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 5, City, übernommen. Bericht, Schild zerstört und Teilnehmende einer Mahnwache bedroht, Festnahme Nummer 2179 In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte in Mitte einen Mann fest, der ein Schild einer Dauermahnwache zerstört und im Anschluss Teilnehmende der Mahnwache mit einem Messer bedroht haben soll. Nach bisherigem Kenntnisstand hörten mehrere Teilnehmende gegen 23 Uhr verdächtige Geräusche, als sie sich in den Zelten der Mahnwache auf dem Platz vor dem neuen Tor aufhielten und begaben sich daraufhin nach draußen. Dort bemerkten sie einen Mann, der ein Schild der Mahnwache zerstörte. Als sie ihn ansprachen, soll er in Begleitung eines weiteren Mannes und zwei Frauen geflüchtet sein. Das zerbrochene Schild soll er mitgenommen haben. Mehrere Teilnehmende der Mahnwache zum Thema Solidarität mit den Bürgerprotesten im Iran und Verurteilung der Passivität der deutschen Politik im Alter von 21, 23 und 29 Jahren nahmen die Verfolgung auf, um das Schild zurückzuholen. Der Mann soll es dann bei seinem Weg auf der Invalidenstraße in Laufrichtung Brunnenstraße fallen gelassen haben und weitergelaufen sein. Dann soll er eine Glasflasche genommen und diese drohend in Richtung der ihn verfolgenden Personen gehalten haben. Zudem soll er damit gedroht haben, diese zu zerschlagen und sich dann mit dem abgebrochenen Flaschenhals verteidigen zu wollen. Auf einmal soll er jedoch die Flasche abgestellt, ein Messer hervorgeholt und damit die ihm folgenden zwei Frauen und den Mann bedroht haben. Unmittelbar darauf machten die Bedrohten gegenüber eine Objektschutzstreife, die im Rahmen von Streifentätigkeiten die Invalidenstraße befuhr, auf die Situation aufmerksam. Diese riefen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 56 zur Unterstützung und der Tatverdächtige im Alter von 26 Jahren wurde festgenommen. Ein Messer hatte er nicht dabei, auch sein 20-jähriger Begleiter war nicht im Besitz eines solchen Gegenstandes. Eine Absuche des Nahbereichs führte ebenfalls nicht zum Auffinden eines Messers. Während der 20-Jährige vor Ort wieder entlassen wurde, kam der Tatverdächtige zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Gewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die zwei Frauen, die den Mann begleitet haben sollen, waren nicht mehr am Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Bericht, Kontrolle über PKW verloren. Nummer 2180 Ein Polizist außer Dienst verursachte in der vergangenen Nacht einen Verkehrsunfall in Neukölln, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Gegen 1.15 Uhr bemerkte ein Passant den Fahrer eines Ford, der auf der Kreuzung Sonnenallee-Jupiterstraße den Motor immer wieder aufheulen ließ und mit quietschenden Reifen Kreise drehte. Schließlich soll der Fahrer das Fahrzeug auf der Sonnenallee in Richtung Südostallee beschleunigt haben, verlor die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen vier am Straßenrand geparkte Autos. Der 22-jährige Fahrer des Ford und seine 20 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Vom Zeugen alarmierte Polizeieinsatzkräfte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass es sich bei dem jungen Fahrer um einen Kollegen außer Dienst handelte. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde bei dem 22-Jährige kein Promillewert festgestellt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an, disziplinarrechtliche Schritte werden geprüft. Bericht, PKW überschlägt sich Nummer 2181 Bei einem sogenannten Alleinunfall wurde heute früh in Charlottenburg ein PKW-Fahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 22-Jährige gegen 5 Uhr den Kurfürstendamm mit einem VW in Richtung Halensee, als er in Höhe des Leniner Platzes aus noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über den PKW verlor und den Bordstein sowie einen Poller der Mittelinsel retuschierte. Daraufhin überschlug sich der Wagen und blieb nach etwa 50 Metern auf dem Dach liegen. Der junge Fahrer, der alkoholisiert wirkte, wurde mit Hand- und Kopfverletzungen durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Eine Blutentnahme beim Verletzten wurde angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch umherfliegende Teile wurden auf dem Mittelstreifen zwei geparkte Autos beschädigt. Der Kurfürstendamm war in Höhe der Unfallstelle während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 6.15 Uhr in Richtung Halensee gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden durch ein Fachkommissariat der Direktion 2, West, übernommen. Bericht, Autos nach Zusammenstoß gegen Fassade geprallt. Nummer 2182 In Kreuzberg wurden in der vergangenen Nacht bei einem Verkehrsunfall ein Mann schwer und drei Personen leicht verletzt. Nach den ersten Ermittlungen und Angaben von Zeuginnen und Zeugen befuhr der 29-jährige Fahrer eines Toyota Auris kurz vor 3 Uhr die Jetschiner Straße von der Lindenstraße kommend in Richtung Wassertorplatz, wollte in Höhe der Lohbeckstraße wenden und stieß dabei mit dem 23-jährigen Fahrer eines Toyota Prius zusammen, der auf der Jetschiner Straße in Richtung Lindenstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge gegen Hauswände von Wohnhäusern und Straßenschilder geschleudert, die dadurch beschädigt wurden. Der 29-Jährige und seine 26 Jahre alte Beifahrerin wurden durch alarmierte Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht, wo der Fahrer zur Behandlung von Kopf- und Rumpverletzungen stationär aufgenommen wurde und seine Begleiterin die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 23-Jährige und ein 24 Jahre alter Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort versorgt wurden. Eine weitere 23-jährige Mitfahrerin der beiden blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5, City, übernommen.